So, ich hab'n nochmal angeguckt, ich hab'n tatsächlich die Truhe nicht aufgemacht, ich bin dämlich. Und da ich, wie gesagt, nicht schneide, muss ich das auch nochmal aufnehmen, sonst würde ich's euch ersparen. Egal. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht hab, ich bin so dumm, ganz ehrlich. Ich versteh's nicht. Wieso hab' ich das gemacht? Ich war so froh, dass ich drüber gekommen bin, ja, dass ich dann, ähm, die Truhe vergessen hab. Ja, jetzt muss ich nochmal nach oben latschen, egal. Aber, naja. So. Dann hol' ich's jetzt aber mal, und ich bin schon drüben, das ist schon mal positiv. So, ich denk', das dauert nicht lange, dann nochmal hochzugehen. Hab' nicht so viel Zeit jetzt verloren. So, jetzt ist hier der verdammte Scheiß-Schlüssel. Geh' jetzt nach oben. Was kotzt mich so an, dass ich das vergessen hab, ey. Naja, egal. Jetzt hab' ich ihn. Dann muss ich nachher nochmal runter, weil ich das Teil ja nach oben fahren muss. Von daher muss ich noch viel machen. So, ich sammle jetzt das mal ein. Brauche ich noch ein bisschen Magie, eigentlich. Mh, naja, egal. Nein, was machst du? Alter, wenn du da jetzt runterfällst, dann raste ich aber richtig aus, ohne Scherz jetzt. So. Da geh' ich jetzt hoch. Und ich bin wieder da. Super. So. So, 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 so. Oh nein. Oh, du bist so dumm. Du bist so dumm, du Scheiß-Goron, ey. Ah. Ich krieg' nen Kotzreiz. Oh nein. Und dann fällt er ein einziges Mal an dieser Stelle runter. Gerade da, wo ich schon etwas genervt bin, weil ich die Truhe vergessen hatte. Hm. Langsam reicht es mir. Nein, Scherz. Das kotzt mich wirklich langsam an. Dass ich jedes Mal wieder runterfall. Oder dass ich jedes Mal runtergehen muss. Das kotzt mich noch mehr an. So. Was? Geil. Das muss man auch erstmal schaffen hier, den anderen irgendwie nicht umzubringen. Also nicht zu treffen. Das war begonnen. So. So. Ein Pfeil. Mann. Ich brauch' jetzt aber eigentlich Magie. Ich hab' kaum noch welche. Das ist blöd. Mal sehen, ob hier irgendwo noch Krüge sind. Oder Schneekugeln. Hm. Danke. Hm. Danke. Alter, ey. Dann fall' ich da runter. Wenn ich jetzt nochmal runterfalle... Puh. Dann will ich nicht wissen, was noch passiert. So, jetzt will ich wieder um. Und, ähm... Fall mal jetzt bitte nicht runtergehauen. Geht doch. Und dieses Mal kann ich auch das Schloss öffnen. So, wo bin ich? Ach du Scheiße. Oh ne, was sind das für Teile hier? Okay, die beherrschen die Genki-Dame anscheinend. Oh ne, die splitten sich nochmal. Ich kann's nicht passen. Ich hasse diese Teile ab jetzt. Alter. Ich hasse dich, du Scheißteil. Ist das wieder so ein großes Teil hier, oder? Hier ist es auch ein kleines, glaube ich. Ja. Irgendwo war noch eins. Ach, hier. Stirb. Hier gibt's keine Truhe drin anscheinend. Ist ja bescheuert. Okay, ich verwandle mich zurück. Hier gibt's nur noch einen Eingang und Ausgang. Also hier werden zwei angezeigt. Das heißt, einen gibt's noch zusätzlich. Da geh ich jetzt hoch. Wo bin ich dann? Ich bin dann... Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, Reptilien. Feuerreptilien hier. Komm her, ich schlag dich tot, Junge. Das war schon alles. Ich bin ja sowas wie enttäuscht. Stirb. Warum treffe ich den nicht? So, jetzt aber. Tod. Ist der zweite? Ach, scheiße. Eine verirrte Föhnung. Das ist toll. Ich stirb jetzt. Ah. Ah, Marbleleid. Stirb. Junge, willst du mich provozieren, oder was? So, jetzt aber. Er ist tot. Aber ich bekomme keine Truhe, weil hier wird keiner angezeigt. Das ist blöd. Oh, das habe ich nur für verirrte Fäden gemacht. Ist ja ein Dreck. Ich brauche langsam mal den Master-Schlüssel. Ah, ich kann's nicht glauben. Nein, oder? Nein, oder? Nein, oder? Wie jetzt? Habe ich alles wieder umsonst gemacht? Ah, nein. Oh, das teilt Gott's mich an, dieses Spiel. Kann er sich so runter, irgendwie bei Uncharted, Drake, Schicksal... Nein, kann er nicht. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Junge, langsam nervt er mich mit seinem... Hey, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hochlatschen. Nein, nein, nein. Hätte ich das gewusst? Oh, das kotzt mich so an, langsam. Ich muss immer wieder runter, hoch, runter, hoch. Der arme Link. Der kann auch bald nicht mehr, ja? So, du Geron. Mach mal da eine Stampfattacke. Mal sehen, wie hoch das jetzt geht. Ich hoffe nicht, dass... Ach, ich vergiss irgendwas immer wieder. Nicht ganz oben, oder? Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz oben. Ansonsten... Ach, scheiße, ey. Das regt mich auf, langsam, das Spiel. Macht zwar Spaß, aber... Nee, nee. Also, Zelda regt mich immer irgendwie auf. Naja, es geht eigentlich. So, jetzt muss ich wieder in das Blaue. Also, runterspringen. Verliere ich wieder ein Herz. Ist das... Nee, ein halbes Herz nur. Komme ich aber wieder und gehe dann durch... Wo ist der Gang? Wo ist der Gang? Boah, da. Gehe wieder durch den Gang. Dann wieder durch die blaue Tür. Dann schieße ich wieder Feuerpfeile. Auf das Auge. Und, 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 und. Also, das kennt ja jetzt wohl jeder. Ich glaube, diesen Tempel konnte man eigentlich auch früher beenden. Ich habe viel Zeit jetzt benötigt dafür. Und bin ja noch nicht mal fertig. Aber egal. Ich spiele das ja hier zum ersten Mal. Zelda 2. Also, Zelda The Major Mask. Und...